Ich hab auch den Chester in Schlappetau. Der Wuchte. Ach, ich find den so selts. Seit Jahren ist es das Ziel, irgendwann mal einen Chester zu kaufen. Also einen Tüsch-Chester. Ach, verdammt. Eigentlich mussten wir auch das Fleisch recht klar machen, aber... ...seufz. Ich frag mal, wer ist er dir? Könnte unter Umständen gar nicht mal so schlecht sein. Also ich wette zehn, ob's, dass einer stirbt. Oh oh. Ich wette nicht mit. Mir ist das zu weckeln. Zu gefährlich. So, kurz schau'n. Ja, wir müssen hier lang. Oh, hier ist ja auch noch Weg. Interessant. Ja, direkt zum Schweinekönig halt, ne? Ach so, du bist ja eine Spinne. Das hatte ich total vergessen. Du hast mich verraten, das war eine Falle! Oh, noch eine Straw Roll. Und was ist das hier? Walrus Camp! Ist das hier das Ding vom Sandkönig? Ich dachte, das ist das Walrus Camp. Nee. Oh. Das ist Noase. Hier ist Wasser, wenn... ...äh... ...ich weiß gar nicht. Irgendein spezielles Event. Oh, die Gierdinger. Ah, hallo! Womit bekämpfen wir die gleich am besten? Wir... ...versuchen sie... ...woah, erstmal das hier. Pff, genau. Was machen wir? Ach, die Dinger sind echt nicht einfach. Echt nicht? Und dann sagst du, wir sollen die besiegen? Ja, klar. Hau einfach auf. Ja, ich hab mich gerade verklickt. Hallo? Aua. Los, komm. Okay. Nein! Nice. Okay, gut. Hä? Hat der gerade nix gedroppt? Doch. Ich hab alles schon eingesammelt. Ach so. Oh mein Gott, das ging ja schnell. So. So, mein Rucksack hab ich auch wieder. Also, das waren tatsächlich die stärksten Gier-Gegner. Echt? Krass. Ja. Die waren ja zu zwei Kids. Die haben jeweils auch zwei violette Edelsteine gedroppt. Uh. Okay. Dann wollen wir zum Eis fahren. Ja, da können wir auch noch. Wohin ist das? Einfach hier weiter in die Richtung. Also, wenn wir jetzt konkret ganze Zeit nur nach links laufen, kommen wir bei der Dragonfly an. Okay. Okay. Gut. Ich bin hier, glaub ich, irgendwo hoch, weil hier war ja dieses, äh, dieses komische Deer. Das hat mich vorhin... Oh, wow, 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 wow. Ja, okay, die sind da. Ja, hier sind auch überall diese Hunde. Hier irgendwo war's, glaub ich. Oh, schalte Spinne. So, du kannst wieder auf Freundschafts-Kurs gehen. So, ich guck jetzt noch mal kurz auf die Karte. Ah, okay, wir müssen da unten hin. Schade, dass hier keine Blumen sind. Ich hätte mir gerne wieder, äh... Ah, da kann ich ja wieder sammeln für meinen späteren Hippie-Kranz. Ich bin ja auch gerade Hippie. Gut, dass Kyoko nicht gewettet hat. Dann kann ich meine 10 Ops behalten. Ja, ich werde aber irgendwann selbstbewusster und dann trau ich mich. Nicht zu behaupten. So, ich schlag dann hier jetzt mal... Oh, ich hab kein Holz. Scheiße, ich hab auch kein Holz. Dann hacken wir nochmal schnell welches, ne? Ist hier welches in der Nähe? Ja, zwar nicht sehr vielen, aber ein bisschen. Oh, mein Gott, das werden begabt. Hab ich keine Spitzhacke? Ich hab keine Spitzhacke. Ich kann dir eine geben, ich hab eine mehr gemacht. Nicht so wild, ich kann mir eine craften. Okay. So, fehlt mir noch neun wundervolle Blümchen. Dann kann ich mir wieder einen neuen Kratz machen. So, wir haben ja alles ein. Nein. Nichts lang im Dunkeln bleiben. Oh, um Gottes Willen. Hier ist auch einfach nichts, ey. Hm. So, aber wir haben jetzt tatsächlich vier Zahnräder. Nice. Was fehlt denn noch alles zur Eismaschine? Äh, gar nichts. Glaub ich. Also ich glaub, wir müssen jetzt zu Hause schon alles haben für eine Eismaschine. Aber wir sollten halt trotzdem noch so viel finden, was wir hier gerade finden können. Solange es noch nicht, äh... Ne, also drei Tage, ich würde sagen, zwei Tage verbringen wir jetzt noch außerhalb unseres Lagers. Ja. Und dann gehen wir mit Sack und Puck nach Hause. Eis neben einer Wüste. And they said climate change isn't real. Aber wirklich. Vor allen Dingen so aus dem Nichts auf dem Stein-Gebiet. Oh, schon doch ein bisschen seltsam. Das ist halt, äh, ne Tundra. Den kennt man halt noch nicht. Hast du noch Essen dabei? Fällt mir gerade auf. Ich hab nämlich nur noch einmal Meatballs. Die muss ich dir jetzt anfeuern. Ne, ich hab gerade mein letztes gegessen. Also wahrscheinlich müssen, können wir nur noch einen Tag hier bleiben. Hast du auch das Gefühl, dass das Poi unglaublich klein wird? Hm. So ein ganz komisches Gefühl beschleicht mich gerade. Aber Hauptsache bis zur letzten Sekunde warten. Oh mein Gott. Nein, da in dem Busch sind keine Pieren mehr dran. Fail. Sad. Egal. Nehmen wir trotzdem mit. Chester, den kannst du mitnehmen. Guten Appetit. Okay, hier sind dann sonst nur Häschen. Häschen, 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 Häschen. Und Stroh. Guck dann gleich nochmal runter. Hier war dann sonst nur noch dieser Wald, oder? Ich weiß es nicht. Das sieht im ersten Moment erstmal so aus. Nichts darf hier vergessen werden. Für den Fall, dass wir hier echt lange nicht wiederkommen. Sammel ein, Hülzen, sammel ein. Hier ist noch ein Varus-Camp. Oh. Super. Nice. Oh. Und hier sind noch mehr Gehegegner. Hier ist sogar ein relativ schwacher. Moment, ich bin gleich da. Gib mir einen Moment. Ich muss jetzt mal alles wieder abholzen. Und dann komme ich so runter und du bist schon... Oh. Ja, rüste dich aus. Ich kite ihn so lange. Okay. Ja, ich sollte auf jeden Fall nicht mit der Schaufel versuchen zu kämpfen. Okay. Vorsicht, da kommt der Gegner. Lauf, 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 lauf. Wir wollen nicht den Blitztypen haben. Mhm. Okay, jetzt bei dir. So. Ich versuche, an den Wein zu kämpfen. Ich hab nicht gesehen, dass er da ist. Wie krieg ich das denn hin, dass ich durchgängig angreife? Mit F-Taste. Zwei Gears nochmal. Nice. Super. Den anderen wollen wir in Ruhe lassen? Äh, das Problem ist, ich hab keine Holzrüstung mehr. Aber ich muss mal kurz gucken, ob ich mir noch eine... Ich bräuchte mehr Holz. Also ich hack kurz Holz und bräuchte mir noch eine? Ich versuche nur, die Blumen hier zu klauen. Okay. Stirb nicht. Du brauchst gleich jedes Leben, das du kriegen kannst. Okay. Oh nein, ich hab hier keinen Rucksack mehr. Achtung, er könnte uns hinterherlaufen. Okay, Chester, du musst auf jeden Fall hier gleich noch ein bisschen was auf dich nehmen. So. Das Eis nimmst du bitte auch mit. Ähm, was haben wir hier noch alles? So. Okay, so. Ich hab wieder eine Holzrüstung. Mhm. Aber ich muss mir noch einen Speer craften. Okay. Äh, weil mein Alter, der hat's bald hinter sich. Und das wär echt ungut, wenn das im Kampf passiert. Mhm. Bei dir ist alles soweit okay? Ich hab 75, aber ich glaub, ich brauch vielleicht noch eine Holzrüstung. Okay, das heißt, wir hacken noch ein bisschen Holz und dann hacken wir das wieder auch noch. Ja. Ich glaub, Holz brauchst du noch für die Rüstung, oder soll ich die einfach bauen? Ähm, bau du sie am besten einfach. Okay. So, noch irgendwo ein größerer Baum? Bitte. Ja, da. Wie verdaut ihr euer Essen eigentlich? Das kommt doch gar nicht wieder raus. Hm. Ich will's gar nicht wissen. Wahrscheinlich schwitzen wir das mit allen unseren Angstschweißen und dem Stress, den wir haben, einfach so aus. Hier. Ein Ausdruck. Dankeschön. Warte, ich muss alles noch machen. Okay, wir müssen uns jetzt beeilen. Ja. Hast du deinen Rucksack schon abgeworfen? Ja, er liegt da. Okay. F war der Knopf. Ja. Wow. Okay. So. Rucksack holen und dann hochlaufen zu unserem Camp. Ja. Ich würde auch sagen, naja, durch die Nacht laufen wird echt scheiße. Also, übernachten wir noch irgendwo draußen? Hm. Haben wir genügend Holz dafür? Ja, also für... Oh, nee, hab ich nicht. Ich hab dir ja gerade sämtliches Holz gegeben. Okay, wir laufen einfach durch. Also, ich kann noch einmal ein Camp Feuer machen. Nee, es ist zu gefährlich. Es könnte sein, dass wir in diese Elektro-Dears laufen. Und die zersetzen uns dann. Ja, das wäre echt ungünstig. Warum sind denn hier 17 Fäulnis? Was ist denn hier passiert? Das waren meine Bären. Tja, auch gut. Okay, Moment. Brauchst du das Feuer? Warte, ich mach gerade ein Camp. Danke. Du kannst ruhig weiter Spitzhacken. Ja, meine Spitzhack ist kaputt. Achso, okay. Ich war gerade überrascht so. Was ist denn los? Wir haben acht... Also, ich hab acht Gears da rausbekommen. Also, haben wir acht Gears. Ja, aber ich meine, ich hab jetzt acht Gears dabei. Wie viel hast du? Hast du auch für mich eingedacht? Ich hab keine eingesammelt. Okay. Du hast alle, die wir kriegen könnten... ... konnten. Ist ja auch okay. This is the Frenchiest of all Fries. Oh, hi, Captain Kripple Skate. Oh, cool. Du supportest Akaris. Hat scheinbar auch sehr, sehr nette Emotes. So, wir haben es fast zum 20. Tag geschafft. Wir sind fast vorbereitet auf den Winter. Und ich konnte ja eigentlich mir gerade erlauben, zu gucken, wie es im Don't Starve Vicky aussieht. Mach das. Ich sag's dir dann, wenn's wieder der Tag wird. Hm? Ich seh's ja auf meinem zweiten Bildschirm. Don't Starve Vicky, bitte. Oh. Nicht cool. Nicht cool. So. Oh Gott, auf den Wiki-Seiten muss ich immer gucken, wo was ist. Ach, da oben ist die Suche. Ice Machine. Wie hoch ist die Reichweite von dem Ding? Nicht so hoch. Also, wir werden damit wahrscheinlich... Ähm... Also, wir werden mehr als eins brauchen, auf jeden Fall. Ich schätze so drei Stück. Oh boy. Okay. Ich find das Ding gerade nicht, aber... Ist ja auch egal. Wir müssen jetzt erst mal nach Hause laufen. Ich zerkloppt in der Zwischenzeit noch mal paar Knochen hier. Hm. Aber sie sind ja auch eigentlich nicht feindlich gesinnt, ne? Ach so, okay. Also, sie sind so wie Beefalos. Ach so. Nur halt weitaus... Also, ich weiß nicht, ob sie tödlicher sind als Beefalos, weil... Ich glaub, wenn du nicht gut mit denen stehst, ist das nicht so gut für dich. Ja, aber das ist ja bei Beefalos auch so. Das ist... Nehmen wir alles hier noch mal mit, ne? Ja. Ich kann sie aber leider nicht mehr tragen. Oh nein! Doch, kann ich. Okay. Gut. Alles okay. Okay, ich leg dir noch eine Beere hin. Dann kannst du die gleich zum Kochen mitnehmen. So, und ich muss aus dem Wiki wieder... ...zurück zum, äh... ...Chat. To chat. Yeah. Wait for summer, it burns. Oh ja. Aber hoffen sich diesmal nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Wir haben ein bisschen vorbereitet. Und hoffen, dass wir diesmal sagen können, dass wir den Sommer überleben werden. Beziehungsweise... ...die Base den Sommer überlebt. Mist, ich hab mich genutzt für noch ein paar... ...Dingsis. Besten Namen, wenn ich einfällt. Warum auch immer. So, Stein und Flint kann hier eigentlich rein. Alles. Steckt sich eigentlich die Straw Wall? Wo ist denn die andere? Ja, tut sie. Müsst du sie. Perfekt. Ja. Beautiful. Beautiful. Warte voll. Ja. Das Eis. Gleich in den Kühlschrank. Chester, hast du es etwa nicht gekühlt? Schäm dich. Nehmen wir keinen Schnurz Chester, ne? Mhm. Aber Chester hätte trotzdem versuchen können, es zu kühlen. Chester, gib dir mal in Höhe. Hippie Rootsen ist wieder zurück. Wenn man zu broke ist, Leute auf Twitch zu summen. Ja, ich kenn das Gefühl. Ich hab so meine paar Standardleute, aber ich sehe halt immer wenig, wo ich mir denke, so, ja, das würde ich gerne, ja, das würde ich gerne. Und dann gucke ich auf den Kontostand und weiß so, nope. Nope. Ne. Opa. Da kannst du leider nichts sammeln. Ratsch, 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 ratsch. Ich bin gespannt, was du bekommst. Ein T-Shirt. Schon wieder. Nein, besser. Mit einem T-Shirt, Mann. Mhm. So, den Hut. Der kann auch weg. So, jetzt fähr ich mal ein bisschen Holz. Oh nein, ich muss ja was essen. Darf ich das nächste Ding essen? Ja, kannst du. Weil es sieht bei meinem Magen ganz zappenduster aus. Wenn man das Geld zu locker sitzen hat. Prime Member. Ja. Ja. Prime musst du ja aber so gesehen auch bezahlen. Das Geld muss man auch erstmal haben, wenn man eigentlich relativ wenig bestellt. Ach Mist, wir haben kaum Fleisch am Start. Ja, Wilson, I know. Ich guck ja schon, dass wir ein paar Dings hier klar machen. So. Wir können wieder etwas kochen. Oh, da fällt mir nicht, ich habe vergessen zu gucken, ob wir genügend haben für ein Tamasto. Stop being mad at Chester, he's trying. Nein. Ist doch gut. Das tut mir leid, Süßer. Ja. Du gibst wirklich alles. Auch wenn du nicht kühlst. Oder könnt ihr Eis in eurem Mund kühl halten? Ja. Ich behaupte das mal. Ich behaupte das mal. Ich behaupte das mal. Chester kann das. Also wenn man ihm die Fähigkeit dafür gibt. Welche Varianten von Chester gab es noch? Also ich weiß Schatten und Eis Chester. Und halt den Blobfisch Chester glaube ich. Aber den gibt es doch. Ich weiß nicht, ob es den noch im normalen Spiel gab oder nur noch im Shipwrecked. Ja.